Mal so, by the way, falls sich die Leute fragen, wo Hadi ist, dass der nicht mitmacht. Der sitzt zur Zeit eine Woche im Jugendhaft, weil er wiederholten Fahren ohne Führerscheins hatte. Das sollte nur mal gesagt werden. Der kommt halt in einer Woche wieder. Genau so ist es gewesen. Der hat aber gesagt, der hat bei 160 kmh mindestens 7,50 m Abstand gehalten. Das hat er wirklich gesagt, das kann ich bezeugen. Ja, so dass ich von vorhin ein Foto machen konnte. Ja. Liebe Schnittchen, dies war meine kleine Änderung der normalen Short-Scenes. Demnächst werde ich mal ein paar ältere Let's Playsteering schauen und unregelmäßig dazu Videos hochladen. Der Name dieses Formats ist Benicen, allerdings kann jeder von euch auch Vorschläge zu einem anderen Namen machen. Dies bitte in den Kommentaren, so wie ich mich natürlich auch über eine Bewertung des Ganzen freuen würde, um zu wissen, ob ich damit weitermachen kann oder nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis heute Abend zum Besten. Tschüss, schau dir noch! Nein, noch nicht! Nee, ich kann hier noch nicht raus! Doch, ich kann hier noch nicht raus! Warum schuldig? Hahahaha